So, servus Leute, jetzt filmen wir den Güterzug durch Fahrt in Großkottsburg, Leute, da ist er schon, Leute. Das ist ein RB, 187er, 121er Zug ist das, Leute. So, Leute, ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen, wenn euch das gefallen sollte, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert mich. Ich habe es unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.